Es ist vollbracht. Die mit 4000 Tonnen aktuell schubstärkste und größte Einsatzbereiterrakete ist gestartet. Das 98 Meter hohe Space Launch System, kurz SLS der NASA, ist mit Orion vom Startkomplex 39B im Kennedy Space Center in Florida abgehoben. Und das Orion Raumschiff ist dank europäischem Service Modul sicher auf dem Weg zum Mond. Das Video heute wird von Clark gesponsert, dazu später mehr. In dem Video heute schauen wir uns an, wie der genaue Startablauf von Artemis 1 war. Und ich zeige euch die spektakulärsten Bilder vom Start und ich erkläre, warum das SLS so gestartet ist, wie es gestartet ist. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau unbedingt senkrecht Starter abonnieren. Aber nun zum Thema der heutigen Episode. Angetrieben von zwei 5-Segment-Feststoffboostern und vier RS-25-Triebwerken wurde die 2800 Tonnen schwere Rakete innerhalb von nur wenigen Sekunden, 90 Sekunden etwa, zu Max-Q beschleunigt, wo die maximalen Kräfte aus dem Luftwiderstand auf die Rakete gewirkt haben. Nach dem Abwurf der Booster, der Service-Modul-Paneele und des Startabbruchsystems wurden die Triebwerke der Kernstufe abgeschaltet und die Kernstufe wurde von mechanischen Puschern von der Oberstufe weggedrückt. Es wurden die Solarpaneele ausgefahren und die cryogene Oberstufe, das ICPS, gab Orion und dem ESM den nötigen Schub, um die Erdumlaufbahn zu verlassen und zum Mond zu fliegen. Es wird mit 450.000 Kilometern weiter von der Erde entfernt sein als jedes andere Raumschiff mit Crew bisher. Das Orion-Raumschiff mit dem European Service-Modul wird länger eigenständig durchs All fliegen als jedes andere Raumschiff, das bisher für Astronauten gebaut wurde. Und auch schneller und heißer wieder zur Erde zurückkehren. Und dabei sah es gar nicht so gut aus. Letzte Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag traf Tropensturm Nicole den Startkomplex und sorgte auch an der über 2 Milliarden Dollar teuren Rakete für Schäden. Diese Schäden wurden begutachtet und am Montagnachmittag Ortszeit trafen sich die Artemis 1 Manager, um den Status der Countdown Operations sowie zwei offene technische Punkte zu besprechen. Sie gaben dann grünes Licht für den Start jetzt am Mittwoch. Die offenen technischen Punkte betrafen das Dichtungsmaterial an einer Nahtstelle zwischen dem Orion-Startabbruchsystem und dem Adapter für das Orion-Raumschiff. Es mussten Risiken abgewogen werden, falls sich dieses Dichtungsmaterial während des Starts weiter ablösen sollte. Das Missionsmanagement-Team kam zu dem Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist und dass ein Abreißen des zusätzlichen Materials kein kritisches Risiko für den Flug darstellt. Eine weitere Problemstelle betraf mal wieder den Quick Disconnect des Wasserstoffbetankungssystems. Diesmal aber nur indirekt, denn Techniker tauschten einen Teil eines elektrischen Steckers an der Versorgungsleitung des Wasserstoffheckmastes aus. Durch den Austausch des Bauteils konnte das Problem zwar nicht vollständig behoben werden, aber die Ingenieure verfügen laut NASA nun über redundante Informationsquellen, die über den Stecker versorgt werden. Ja, Wasserstoff-Lags und Sturmschäden, also kann keiner sagen, dass SLS habe es der NASA leicht gemacht. Eine Rakete für mehrere Milliarden Dollar und mit dem Potenzial, eine Menge kaputt zu machen, würde mich ja wirklich interessieren, wie sowas eigentlich versichert wird. Und das bringt uns zum heutigen Sponsor Clark. Die Clark-App steht in Deutschland und Österreich kostenfrei zum Download bereit und ich nutze sie seit fast einem Jahr, um meine Versicherung mit dem Handy zu managen. Das ist mir jetzt viel lieber, als immer in meinen Ordnern suchen zu müssen, die ich auch nicht immer griffbereit dabei habe. Meine bestehende Versicherung hat Clark mit wenigen Klicks automatisch übernommen oder ich konnte sie mit der Clark-App einfach abfotografieren und so übernehmen. Clark hat dann in der Funktion eines Versicherungsmaklers meinen Versicherungsschutz analysiert und mir gut nachvollziehbar angezeigt, wie gut mein bestehender Schutz war und wo ich nachbessern sollte. Jetzt seit einem Jahr sinkrecht Vater, habe ich mich dann für eine Risiko-Lebensversicherung entschieden, um den kleinen finanziell abzusichern. Wenn du deine Versicherung auch immer griffbereit haben magst, den Link zur Clark-App, den verlinke ich dir unter dem Video. Neukunden bekommen mit dem Gutscheincode senkrecht Starter pro hochgeladener Versicherung einen 15 Euro Einkaufsgutschein, wobei man maximal 45 Euro bekommen kann. Für mich ging es dann richtig los, etwa eine Stunde vor dem Start mit dem finalen NASA-Briefing durch den Testdirektor und anschließender Freigabe des Artemis 1 Starts. Etwa eine Viertelstunde vor dem eigentlichen Start wurden dann die finalen Go- oder No-Go-Umfragen über die Coms im Launch-Control durchgesagt. 33 Sekunden vor dem Start hat dann das Startsystem der Rakete das Go für den automatischen Startablauf gegeben. Ab jetzt hat komplett die autonome Flugsteuerung der Rakete übernommen. 12 Sekunden vor dem Start haben die Wasserstoff-Wunderkerzen an der Startrampe gezündet, damit sich kein unverbrannter Wasserstoff unter der Rakete sammelt. Also die werden nicht mit Wasserstoff betrieben, sondern die sollen den Wasserstoff abfackeln. 10 Sekunden vor dem Start hat die Rakete dann das Startkommando an die Haupttriebwerke gegeben. 4 RS-25-Triebwerke haben dann in kurzen Abständen hintereinander keine 7 Sekunden vor dem Start gezündet. Nachdem die Rakete festgestellt hat, alles in Ordnung mit den brennenden Haupttriebwerken, wurden bei T-0 die größten jemals gebauten flugfähigen Feststoffbooster aller Zeiten gezündet. Ab jetzt gab es kein Zurück mehr, Feststoffbooster können ja prinzipbedingt nicht abgeschaltet werden. 3, 2, 1, Boosters in Existion und Liftoff von Artemis I. Wir reisen zusammen zurück zum Mond und beyond. All 4 RS-25-Engine auf der Kursstage und 2 Solid-Rocket-Boosters, jetzt propelling das Fahrzeug bei 128 Meilen. Etwa eine Minute nach dem Start wurden die RS-25-Triebwerke dann im Schub etwas gedrosselt. Das machte man, da die Atmosphäre noch recht dicht ist und die Rakete schneller beschleunigt, als die Atmosphärendichte mit der Höhe abnimmt. Der Punkt, bei der die maximale Last auf die Rakete wirkt, wurde dann mit Max-Q auch durchgesagt. Eine gute Nachricht, die sturm-erprobte Rakete wurde schon mal nicht vom Fahrtwind auseinandergerissen. Nach dem Durchschreiten von Max-Q, etwa 80 Sekunden nach dem Start, wurde dann wieder voll Schub gegeben, um die Gravitationsverluste zu minimieren. Etwa zwei Minuten nach dem Start wurden die RS-25-Triebwerke dann erneut gedrosselt, um die Rakete auf das Abspringen der Booster vorzubereiten. Vom Abspringen der Booster hatten wir dann auch wieder spektakuläre Bilder. So konnten wir sehen, wie die acht kleinen Feststofftriebwerke die Booster wie beim Space Shuttle von der Hauptstufe weggedrückt haben. Die Booster sind dann hart im Atlantik eingeschlagen. Da die Booster mit fünf Segmenten um einiges länger sind als die Space Shuttle Booster, hätte man ein komplett neues Fallschirmsystem entwickeln müssen, wenn man sie hätte wiederverwenden wollen. Nach der Booster-Trennung wurden die vier Haupttriebwerke dann wieder auf Vollschub geregelt. Die Rakete wurde dann immer schneller und auch die Beschleunigung wurden immer größer, da die Rakete ja immer mehr Treibstoff verbraucht und so permanent leichter wurde. Etwas über drei Minuten nach dem Start wurde in einer Höhe von knapp 90 Kilometer die Schutzverkleidung des ESM. dem European Service Modules abgesprengt. Der Fahrtwind hätte sonst vorher die Solarpanele des ESM einfach abgerissen. Jetzt, in fast 90 Kilometer Höhe, ist die Atmosphäre aber nicht mehr dicht genug. Kurz darauf wurde ähnlich wie bei Apollo das Startabbruchsystem abgesprengt. Das ist im Prinzip ein Turm auf der Rakete mit drei Feststoffraketen, die im Notfall das Orion-Raumschiff vom SLS wegbeschleunigen können. Apropos Beschleunigung, um die immer größer werdenden Beschleunigungen nicht zu doll werden zu lassen, also für die Rakete, wurden die RS-25 Haupttriebwerke sieben Minuten nach dem Start erneut gedrosselt, um die G-Kräfte zu deckeln. Ohnmächtig werden im Büsensjet und so. Bis kurz vor Stufentrennung wurden die Triebwerke dann auf unter 70 Prozent ihrer Nennleistung runtergeregelt. Acht Minuten nach dem Start war die riesige Hauptstufe des SLS leer. Immerhin die größte Raketenstufe, die die NASA je entwickelt hat. Deutlich größer noch als die mächtige Saturn-5-Erststufe. Naja, und weil leer, konnte dann die Hauptstufe abgeworfen werden. Eigentlich war die Rakete hier schon beinahe auf Orbitalgeschwindigkeit. Damit die erste Stufe aber nicht langer Marsch-5-Style unkontrolliert auf die Erde fällt, wurde der letzte Hupfer von der Oberstufe aufgewendet. Bei der Stufentrennung war die Rakete in etwa 160 Kilometer Höhe und, wie gesagt, fast auf Orbitalgeschwindigkeit. Hier habe ich dann die Luft angehalten. Stufentrennung ist mit T-Zero der spannendste Moment bei so einem Raketenstart. Wenn du regelmäßig Senkrechtstarter schaust, weißt du schon, wie unfassbar viele Raketen genau an diesem Punkt scheitern. Nach der Stufentrennung wurde dann das RL10-2B für den Start vorbereitet. Dafür hat es seine zusätzliche Düsenerweiterung ausgefahren und so noch einmal eine Extraportion Effizienz aus dem ohnehin absurd effizienten RL10-Triebwerk geholt. Mit dem Erreichen von Orbitalgeschwindigkeit war nun ein weiterer Meilenstein erreicht. Auch wenn das natürlich nur ein Zwischentritt zum Mond war. Für uns Europäer wurde es dann aber zum ersten Mal ganz besonders spannend. Etwa eine Viertelstunde nach dem Start wurde mit der Vorbereitung zum Ausfahren der Solarpaneele begonnen. Wäre das misslungen, wäre die Mission vorbei gewesen, weil das Raumschiff dann nicht genug Strom für die geplante Mission gehabt hätte. Aber auch das ist gut gegangen. Ein niedriger Erdorbit allerdings war ja natürlich nur die halbe Miete. Artemis will ja zum Mond und noch war das Orion-Raumschiff mit der SLS-Oberstufe nur in einem eiförmigen niedrigen Erdorbit. Um das Ei ein bisschen schöner zu machen, wurde etwa eine Stunde nach dem Start der erdnächste Punkt des Orbits, das sogenannte Perigeum, angehoben. Danach war man jedoch immer noch in einem niedrigen Erdorbit. Zum Mond ging es erst anderthalb Stunden nach dem Start, als das RL10 der SLS-Oberstufe ein letztes Mal gezündet hat. Dieses Manöver wurde wegen der bisschen schwachen Brust des RL10 ganze 20 Minuten lang durchgeführt. Zum Vergleich, der S4B-Booster der Saturn V hat es in nur sechs Minuten geschafft, Apollo in Richtung Mond zu pusten. Aber es hat ja auch so geklappt mit dem RL10. Zwei Stunden nach dem Start ist dann die Stufentrennung von SLS-Oberstufe und Orion-ESM gelungen. Und wir konnten wirklich sagen, Artemis I befindet sich auf dem Weg zum Mond und das SLS hat seine Aufgabe erfüllt. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten, wirklich eine Riesenleistung und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Mission weiterläuft. Denn für Artemis I geht jetzt die Mission erst so richtig los. Länger als jede Apollo-Mission und weiter weg wird Artemis I sein und wertvolle Daten sammeln. Hauptprio natürlich der Test des Hitzeschilds beim Wiedereintritt, bei der Rückkehr vom Mond. Und was sonst noch so auf der Agenda von Artemis I steht und wie der weitere Weg von Artemis I aussehen wird, das erfährst du natürlich hier auf Senkrechtstarter. Ich hoffe, dir hat mein Video heute gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen und wenn dir meine Startzusammenfassung Lust auf mehr gemacht hat, unbedingt heute Abend in unseren Arte-Livestream reinschalten. Den werde ich zusammen mit Dr. Watson wieder machen und zwar auf Twitch. Da gehen wir die Highlights noch einmal durch und beantworten live eure Fragen zum Start und zur Technik und können euch die Erkenntnisse aus der Pressekonferenz mit NASA-Administrator Bill Nelson mitteilen. Und dann auch hoffentlich die ersten Bilder der Erde, aufgenommen von Orion, zeigen. Also unbedingt einschalten, Link ist unter dem Video. Ein großes Dankeschön geht wieder an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monitoren unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch würde es Senkrechtstarter nicht mehr geben. Ihr habt wirklich aktiv mit den deutschen Sprachen für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Mit dem Atem des Starts, jetzt noch ohne Crew, sind wir auf dem richtigen Weg zu unserem persönlichen Apollo-Moment. Ich hoffe, es hat dir heute wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.